Herzlich Willkommen YouTube zu einem weiteren Let's Play von Call of Duty und Warfire 3 Heute spielen wir ein privates Spiel Suchen und Zerstören Sniper Only und heute dabei sind einmal Tante Anna Jou die Schlampe alles klar und Presse Ja hallo mein PC geht wieder Ja Maxis PC geht wieder Ach Schwierigkeiten Startschwierigkeiten geht er wieder Na gut dann starten wir mal Jupp Ähm zwei Teams wer spielt mit wem Wir machen einfach Auto Survival Genau Hoffentlich bin ich mit Fabi dabei Ja wir haben es gehört Also falls ihr es noch nicht wisst wir machen Also wir machen Sniper Only Alles gleich bin ich mit Fabi Ich hab eh nur snipen Ich bin ein Angreifer Team Ja ich bin auch gar nicht drin bei mir lädt es noch Du bist Angreifer ich nicht Scheiße Dreck Ne nicht so schlimm So Bei wem bin ich Ok Nico Yay Nico Maxi ist noch nicht drin Maxi ist noch nicht drin Doch ich bin drin ja ich bin schon drin mit Alles klar Quickstop Only oder? Ja Eieieiei Mäxchen ey Wo ist denn der Nico? Da kommt er Ja kommt er Muss hoch gehen So Bomb is planned Auf Nico Hol sie dir Oho Erstmal beide gerobbt Ey das war auch noch ein Headshot Junge Ach als Maul Ja ok gut gut guck mal Nur was Machen Oh das sehe ich jetzt schon Oh das war ein Headshot Oh das war ein Headshot Ja schrafft es schabt die Peilung nicht davon Du schießt zum Beispiel auf den Boden siehst das nicht auf den Boden geht und trotzdem kill zum Gegner Wir machen mit Flash ja 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 mit Flash na und Wurfmesser oder? Boah was war das? Ey willst du mich werpeln wer hat da so einen Kack? Fabi lass die Scheiße Och Ritmark ey komm Soll mich nicht Och Kevin Ja Fabi hier Ja Fabi hier Wo ist dein Weg jetzt geh jetzt hab ich dann ja Wo ist denn Max? Bei mir Haa Nico Der wird denn wie Sixie auch nicht schlecht Maxi Ja da ist er Oh Ja ich wollte gerade auf meine Tastakultur gucken für Drohne Tastakultur Ja für Drohne Ja 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 Oh Was für ein Was für ein Lacker Und Och ich hab Scope gesehen Ja und jetzt Ach ich mein ja nur Egal Ich mein ja nur Och 0 zu 2 das geht mal gar nicht ne weil der Fabi die Hitmarker macht ey Tch Ja Also mit Flash hieß es gell Yep Auch das ist User disconnected from your channel Oh nein 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 Ey warum geht ihr beide auf mich Fabi wo bist du Und noch Hardscope Kevin alter Ich seh nix man Ja Wow Ja man Nice Mitm Wurfmesser hast du Nego bekommen Ja Jawoll Stell dir direkt vor mir der Penner Ja Zack boom Wow Nice Dadadats Mit Farbblinden Modus ist das alles viel leichter Mit Farbblinden Modus Sorry Na ja so geil man So farbblinden sowas Weiß es nicht Doch Und für die Leute die es nicht wissen PSS AK Maxi Ja aber schon mal genannt Ne so schlimm Mock mich nicht Ohhhh 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 Wow das wäre schön gewesen Maxi die Gähne an der anderen Seite Genau Ohhhh Diko will grad wie sich die machen schaffst du mal 1 Acht Achtplatten Ludwig das macht sich dieser Bezahlungen HB HB Ich sehe mich noch nhammedetern Ohhhh Jeph Lager war May Gen als Grunde hoch und der Verschalte und die siegten wenn es zu nach Tandew & Hand Ich hoffe dass ich treffe ich alle aber die F Bryce nicht beim ersten Strömme Oh lol! Der ist links ins Auto, Alter! Was? Geil! Das war sogar ein halber Noscope, Alter! Der war so lack, Alter! Ich hab jetzt aber nur vier Runden drin, aber wir können ja danach noch ein Game machen! Ja, ich kann ja nicht mehr! Ja, das dauert ja nicht allzu lang! Nico, bei dir ist einer! Hab ihn so hart geflasht, der kann nix mehr sehen! Lol, mein Bub, Alter! Lass ihn ohne Dings machen! Ohne Flash, nächste Runde! Okay! Oh, Fabi ist runtergesprungen hier! Achtung, Nico! Okay! Bei dir! Ey! Nice! Achtung, Gerta! Nice! Yo! Alter, 0 zu 5, wie geht das denn? Gut! Let's run! Loll, wieder da! Loll! Ja! Okay, Fabi! Jawoll! Klatschig für dich! Yeah! Niederlage! Ich wollte gerade nicht lesen! Sie! Nein, Spaß! Ja, das war eine gute Runde! Ja! Das sehe ich schon genauso! 05! Warte! Mensch! Wenn ihr wollt, wartet mal kurz! Ich frage gerade mal meine Mode ehrlich! Der kann noch mal! Ja, ja, ja! Ohnego, 20 Punkte ist doch wenigstens etwas! Ja! Nassist hasse mich! Aber wie ich hasse mich! Hey, wie kann der Kevin mehr Punkte haben wie ich? Ja, nee, ja! Wenn wir mehr kills gemacht haben! Ja, er hatановante wieder von 1 Kill mehr! N'yuh! Warte, einmal. Warte, ich mach mal, winzige Gesundheit! Das gibt's auch immer! 1 Kill! Nein! Ja, wäre dann auch besser! Die ist für sich unbegrenzt! Ich fände die kein! Ich stelle mich eh irgendwann! Also, wir machen jetzt ohne Wolf-Mether und ohne Flash. Einfach nur snipen! Yup! Gibt es es irgend sowas mit 80? So, was denn externe? Also keine McDonald but? So nice! Ah, guck dishcie mich! Also auch keine Fl gracias! Kein Radar und sowas. Nein, gar nicht. Nein, ich meine von Drohne her oder so. Äh, ne. Das ist nix. Nix nix. Ich habe jetzt nichts gemacht. Achtrunden? Jo. Okay. Auto zuweisen. Bei wem bin ich? Oh, Fabi ist wieder nett. Doch! Ne, Max ja! Oh, Kevin! Oh, Fabi. Also, Fabi, hast du mitbekommen. Keine Extras, keine Flashes. Oh, fuck! Ich habe Flashes. Warte mal kurz. Stehenbleiben. 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 Das ist jetzt unfair, Kevin. Hey. Alle sagen, stehenbleiben, Nico schießt auf mich. Mir ist egal. So, wo haben wir den, Max? Oh, ich bin so erschrocken! Oh, Junge! Mein Herz! Herz! Oh, steht der da erst mal? Ich wollte erst den Kevin abweilen, aber der war schon tot. Zack, nice. Nico, ich sehe nur Nico so einen 360-Train. Lass mich da. Ich wollte schon wieder Flash werfen, aber zum Glück war die Zeit da. Ich werf's hier weg. Bam, 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 bam. Max schießt da alle platt. Oh, ja. Oh, Fabi ist an dem... Ach, du hast mich erkannt. Komm, das war echt so. Hä? LOL! Nein! Ich kann mich nicht sexy machen und hab'n nicht gesehen! Der immer mit seinem Hinleben! Verdammt! Ey, guck mal! Ey, guck dir an, wie ich mich drehe! Guck dir an, wie ich mich drehe jetzt! Guck, Achtung, pass auf! Ohne Wurfmesser! Guck, und ich hab'n dich nicht mehr gefunden! Au, ohne Wurfmesser! Ohne Wurfmesser und Flash! Ohne Wurfmesser und Flash! Ohne Wurfmesser und Flash! Ja, das wusste ich auch noch nicht! Ja, ja, ja! Ich werd mal jetzt direkt in den Busch! In den Busch! Ey, ich drück einfach kein G! Ne, ich werd... Hätt das eh automatisch gedrückt! Man darf ja campen! Steht ja nirgendswo! Steht ja nirgendswo! Weil in der Ecke steh' dann dauernd... Lass mich in Ruhe! Ja komm, schick's jetzt von mir! Jaaa! Pfff! Hahaha! Nein! Oh! Okay, ein wenig doppelt gehört! Ey! Das war wieder ein No-Score, oder? Gebt nur noch einer? Ja, gut finde ich gut! Du bist so... Fenne, ey! He! He! Also, Fabi ist oben auf dem Crayon! Jo! Das ist ein Lappen, Alter! Die Camper! Nee, das ist gerade so! Ich hab' mich gekämpft, mal! Ich hab' mich gekämpft, mal! Guck! Hab' ich gar nicht hochgerannt! Oh, da, komm der! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Die kleine Schlampe! Ey, wenn du jetzt hier ne Moor abpackst... Ah, nee, kann er gar nicht! Oh, jo! Ich hab' je ne Moor! Das wär'... Der könnte 16 Kills hink! Das wär'... So, das wird ne Moor klingen! 16 Kills! Nigo, komm! Einen Kill krieg's hin! Ich hab' doch schnell nichts Einen Kill! Achso sorry! Oh, oh, oh wo. Oh, oh, oh! Ey, waren das? Fabi? Ja, ich! Oh, oh! Der ist mir. Holzfeuer. Der ist mir. Jetzt kommt's. Tschüss, Nico. LOL, der ist in der Luft gelaufen. Hat Moonwalk in der Luft gemacht, ey. Das nennt man Airwalk. Airwalk. LOL. Hä, wer wirft da eine Flasch auch noch auf mich? Hat die dich getroffen, oder was? Fabi, geh weg von mir, du tötest mich. Du leckst voll, versteh dich nicht. Ey, hier ist das Go-Feed so langsam. Ey, da muss ich schnell Athen reinmachen. Das ist so eine, man. Okay, Max, du siehst ihn ja, gell? Ja. Der ist rein. Pst, nein! Ja, toll, ich warte jetzt drauf. Holz, leckst voll, Mann. Ich hör nichts. Ich kann ja nicht ins Haus fliegen, ey. Nico, tot. Nein, der Dirk, Fabi. Nein, ich hänge! Nein, du bist so ein Beep. Beep. Nein, Alter. Guck mal, da kommt der wieder her und macht hängen die Wand. Ja, ich bin da hängen geblieben, weil der Fabi tot. Du bist in die Wand gerannt, ganz einfach. Ja, ich hänge geblieben. Ich mach' den Fabi jetzt mit Hardscope weg. Fichtig, Max. Echt? Aber sie dürfen ja Hardscope, egal. Trotzdem, grüßt er nicht zu. Wir haben ihn doch gesagt, kriegst er nicht zu. Aber er hat, er hat wieder gewonnen. Ja, Fabi hat schon so oft Northscope gemacht. Kevin, Hilfe! Wo bist du? Ach da, neben mir. Alter. Ja, ich hab' ich heißen. Nico, du machst du platt. Achtung, Nico. Los. Achtung, Maxi. Mach Sturmfeuer. Ne, wie heißt es? Da. Loo! Uhhhh! Ne, die Wand ohne Scheiß. Uah. Alter. Jawoll. Gut, wir gehen jetzt nicht im Keller, ne. Sorry. Die sich auf die Wand umdürfen nicht. Ich hab' ich nicht mal gesehen, komm, ich hab' das Ding angegen. Geil, ey. Geil, ey. Geil. Alter, ich brauch die MSL, nicht die Scheiß, ey. Ja, du musst so schnell erzielen reinmachen. Der ist auf den Boden geknallt, wieder hoch und dann Nego gekochen. Ne, aber der war geil. Hm. Hammerhart. Äh, falsch. Gerade das Gegenteil davon, Kevin. Hart. Hart. Links. Das. Das ist so eine. Teils muss gegen zwei. Wehe, einer kommt weg wie Balte. Oh, lol. Alter, du hast aber keine MSL. Das ist die Barett. Guck, warte, warte. Ich hab' jetzt auch die Barett. LoL, das war'n das Ding. LoL. LoL. Niiiice. Boah, ich muss eigentlich schnell rechts oben rein. Glaub' ich. Richtig geil. Egal, wie viel der for to win. Nego kann ja doch was. Naja. Hab' ich gehört, Kevin. Jetzt rechts, okay. Pssst. Achso. Dann könnt' ich's net lesen. Was ist das? Ein Team-Chat war das. Was? LoL. 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 Der war richtig schlecht, der letzte Kill. Der war richtig schlecht. Niko. Ich hasse Redback-Seed, Alter. Kevin, ich weiß jeden, was du musst. Guck, 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 guck. Ich hab' ich nicht da laufen sehen. Achtung. LoL. LoL. Ich hab' den gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Hey, wieso bist du so schnell da reingekommen, Hengli? Ach, egal. Egal. Juhu. Barett-Power, Junge. Ich auch. Ja, ich hab' kein anderes was mit der Letze. Also, das Spraen ist ja erlaubt, gell? Ja. Alkohol. 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 Ja, das war ein Head-Glitch, Alter. Idu. Ey, was? Ja, ich hab' ein bisschen erkrankt. Ich hab' ein Head-Glitch, Alter. Letztes Mal. Egal. Guck da. Guck da. Guck da. Guck da. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Nö. Ne. Und der Berührung. Seit mir noch ein Ding so das. Jupp. Das mach mal jetzt platt. Auf komm, Fabi, wir wollen nur Trixixis. Ja, Mann. Ja, auch mal nur Trixixis. Und Magic. Ich mach's Stade. Stade Kit. Game Magic Shot könnten mal versuchen, wer. Loll. Du du Hartzko. Das ist da ne Neumal, ey. Guck ich mir an. der ist am scheiber links scheiße nein das war Fail Magic ich hab erst geschossen dann Wurfmeister gedrückt ja ich hab so schlimm guck dir das Fail mal an Deine Waffe hängt in der Luft ich hab gedacht jetzt verliere ich Alter Babel Bibel Babel Magic ist wenn du Krab geschossen hast und dann Wurfmeister also geh Held lass mich in Ruh na ey der war ja wie bist du dann Alter du der war der war NOSCOPE nein das war kein NOSCOPE der Magic Shot was du labest was du labest was du labest guck mal du guck mal du BOLENOSCOPE ich hab voll an die Wand geklatscht na ah Fabi Fabi hat's alle gepont ja was super ey oh ey 6 ja besser wie ah scheiße doch nicht tue 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 tue